So, willkommen zurück. Wir wollen uns jetzt oder heute ein paar Energiekämmel machen, um den Hammer zum Hämmern zu bringen. Okay, acht Stück. Ich brauche das da. Das und das. Und das brauchen wir. So, das Holz kann erst mal wieder alles weg. Die Kisten auch. Die Strings, Spawns und Pfeile kommt da rein. Ah, das kommt da hoch. Das kommt hier rein. Das kommt da hoch. Ah, shit. Wieder keine Ausdauer. Da liegt nicht wirklich was interessantes drin. Aber jetzt wird es weg. Und da kommt gleich der nächste. Läuft. Chicken Wings. Yeah. Ja. Oh, davon können wir auch ein Bäumchen machen. So, hier haben wir zwei Stück und es geht los. Wir haben die ersten Energy Cable. Blablablabla. Die waren dort. Oh, natürlich kriege ich acht Stück. Das läuft bei mir. So, 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 so. Hier kommt er runter. So. Und er hämmert los und kriegt kaum. Die Leute sind die lahmarschig. Ernsthaft? Tier 2 braucht acht Stück davon und einen Pisten und Tier nach. Gut, bis dahin. Das ist immer noch lange entfernt. Eine Technikkiste wäre jetzt auch nicht schlecht. Die stellen wir da hin. So. Dann wird benötigt einfach alles. Ähm, ich brauche noch mehr Hopper. Das geht nicht anders. Ich muss schon wieder sieben. Ich brauche halt einfach Eisen ohne Ende. Oh, jetzt habe ich das Schiefe mit den Diamanten. Oh, jetzt regnet es Diamanten. Kannst du? Ja? Jetzt? Wirklich? Marschloch. Meine Güte. Ich werde auf jeden Fall die Insel irgendwann noch verschönern. Mit anderen Blöcken. Nicht alles noch aus Holz lassen. Ich möchte schon gerne einen schönen Stein haben oder so. Mal schauen. Mal schauen. Vielleicht hilft mir jemand, der Lust hat zu bauen. Helfen tun wir uns ja sowieso gegenseitig. Mitspielen kann immer noch jeder, der möchte. Solange der Server läuft und das Modpack drauf ist, kann jeder mitspielen. Server ist 24-7 on. Und ja. Wir freuen uns über mehr Mitspieler. So. 32 sind 8. Mit dem 10. Das sind 2 Hopper. Okay. 4, 8, 16. 4, 8, 16. 20 Stück brauche ich jetzt nochmal. Dann komme ich auf 3 Hopper. Äh. Was? 20. Wir sind jetzt bei 10. Oh. Geht voran. 20. Kurze Tag machen, dass der Hammer auch. Oh. Jetzt kann ich einen Hammer in den Hammer machen. Oder ich mach mehr. Äh. Ein Ding hier. So ein Dia. Äh. Ja. Dia. Heiz Maul. Äh. Dia Steve. Äh. Smash. Meine Güte. Äh. Redstone. Wir nutzen aber gleich diese Vorlage hier. So. Dann brauchen wir das und das. Das, das. Ihr seht. Ich gehe direkt auf Compressed. Denn was anderes lohnt sich nicht wirklich. So. Das war Eisen. Und dann kommt hier hinten Flinten. So. Äh. Wollen wir mal gucken. Gibt es da auch Iron oder Boah. Peace. Dings. Bums. Raus. Ich hoffe es mal. Ne. Hier gibt es irgendwie eine Kohle raus. Und Gold. Und Loops. 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 Okay. Wieso komme ich jetzt auf 3. Achso. Okay. Äh. So. Das kommt wieder hier rein. Das kommt da rein. Und das. Ja. Genau. Essen. 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 Ich lege mir noch eine Essenskiste an. Ähm. Essenskiste kommt da hin. Da kommt das rein. Und mehr habe ich erst und ich möchte aber noch einen Enderperlen haben. Oh mein Gott. Entschuldigung. So was kann passieren. Jo. 3 Enderperlen. Was will man mehr. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Gut. Auf die warten wir noch. Dann nehmen wir noch einen Block. Äh. Ich bin irgendwie Dias. 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 Aber nicht. Solange das jetzt noch brennt. Hauen wir hier noch mal was durch. Und jetzt gibt es natürlich wieder keine Diamanten. War Arsch. Klar. So. In der nächsten Folge sind dann wieder alle verrückt mit dabei. Jetzt auf dem Server aktuell mitspielen. Ich weiß das alleine so ein Modpack keinen Spaß macht. Außerdem muss man Melvin wieder ärgern. Äh. Für alle die sich denken Melvin ist unser Mobbing Opfer. Nein. Ja Melvin weiß das alles noch Spaß ist. Er ist nicht der Einzige der von uns geärgert wird. Ich werde auch manchmal geärgert. Ist ja normal. Tyrox wird geärgert. Ähm. CO2 wird geärgert. Äh. Cassie. Eigentlich alle die aktiv mit uns Verrückten zu tun haben. Da ist jeder mal dran. Und die Leute wissen auch dass das alles nur Spaß und Fiktion ist. Nichts davon ist ernst gemeint. Und ja. Für alle die die das nicht verstehen. Ähm. Dann dürft ihr meine Videos einfach nicht gucken. Ich bin ein Dude. Ich bin offen und ehrlich. Ich mache meinen Mund auf. Ich bin aber auch für jeden Spaß zu haben. Ich schlage auch gerne mit dem Spaß über die Stränge. Da wissen aber auch die Leute. Äh. Dann sollen sie den Mund aufmachen und was sagen. Und dann höre ich natürlich auch auf. So. Äh. Jetzt müssen wir hier mal ganz kurz Ordnung machen. Solange das noch brennt. Gold. Dann. Warte. Wo ist das Gold hin? Da. Dann Copper. Das ist Silver. Nickel. 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 Und das. Dann kommt die Chunks da rein. Dann kommt die Kohle da unten hin. Dann kommt Lapis. Redstone. Und Diaz. So. Wir haben die letzten Hauber fertig. Jetzt wird in der Mopform auch nichts mehr weggeschmissen. Es wird alles eingesammelt. Das landet dann auch später alles im ME wenn eins drauf ist. Ich glaube hier ist ein ME System drauf. Oh shit. Jetzt bin ich ernsthaft. Oh ne. Ich habe Half Steps dabei. Hö. 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 So. Und jetzt da ein Half Steps. Und da ein Half Steps. Kiste geht nicht mehr auf. Aber jetzt. Läuft. Das kommt erstmal alles hier rein. Das werde ich jetzt nicht mitnehmen. Ja. Da müssen wir dann. Irgendwann muss ich auch noch einen Zaun drum bauen. Denn ich kenne mich. Ich bin irgendwann so prasselig. ich passe nicht auf und laufe direkt über den Rand. Das muss nochmal alles um eins verschoben werden. So. Und wieder Eisen zum Schmelzen. Redstone. Und das da. Wir können ja mal gucken. Redstone. Da gibt es so wunderschöne Pflanzen. Äh. Hier. Unten haben wir sie. Wie stelle ich die her? Ich brauche dazu Orangene. Äh. Stop. Nein. Aus. Pfui. Ey. Wie komme ich an Frustbury Shards? Ein Frustbury Block. Ach. Sand und Iron Mesh. Sand. Äh. Eis Mesh. So. Dann war ein Satz mit X. Kakaobo. Besser als nix. Kommt bei Pflanzengedöns wieder mit rein. Dann werde ich hier wohl doch noch ein bisschen ziehen müssen. Und hämmern. Und weiß noch gar was. Und ja. Wir haben auch noch ein bisschen. So. So. Ich glaube mit der ersten Pflanze werden wir uns irgendwann anders auseinander setzen. Ich muss erstmal ein laufendes Äh. 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 Maschinenbahnen in der Kiste. Genau. Den Grabber schmeiß ich jetzt hier einfach mal mit rein, wir könnten uns eigentlich noch ein paar Solar Pendels machen, fällt mir gerade so auf, da brauche ich wieder Eisen dafür, hier, ich bin ja schon armen und so, dann brauche ich Holz dafür, das haben wir hier, so, und Glas, das haben wir hier, denn mit den 4 Solar Pendels kommt man nicht wirklich weit, ich schaue mal wieviel es dabei rum kommen, falls ihr euch fragt warum ich das so mache, so sehe ich immer gleich wieviel ich brauche für alles, wie zum Beispiel brauche ich für jedes ein Redstone, 5 Holz und 3 von den Dingern, das ist jetzt zum Beispiel ein Solar Pendel, das ist jetzt so meine kleine Gedankenstütze nebenbei, so eins noch, so jetzt müsste eigentlich noch eins bei rum kommen, das heißt wir bräuchten noch einen Redstone, was hier auf jeden Fall nicht drin ist und hieraus kann ich sogar ganz easy in XP Farben machen, einfach da Wasser hinsetzen, die Mobs dann aufgefangen, nach vorne gespült, easy klatschen, so gut, das sind nochmal 3 Stück, was will man mehr, so gibt es ein bisschen mehr Strom, ich weiß jetzt nicht wie sich das verhält, wenn ich das daneben setze, deswegen macht man das so hier, es müsste jetzt natürlich mehr Strom generiert werden, es läuft auf jeden Fall schneller voran, schneller als vorher, ja, gut, Technik kommt da rein, das, 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 Holz ist hier falsch, Holz kommt da, hey, was mach ich denn? So, ich habe mir das auf jeden Fall so gedacht, auch noch, dass eine Technik-Ecke kommt, eine Tier- und Lebensmittel-Ecke, eine Mystik-Ecke, weil es ist Blood Magic drauf und noch diverse andere Mods und vielleicht baue ich auch ein Haus, vielleicht auch nicht, wenn ihr sehen wollt, wie ich ein Haus baue auf einer nicht vorhandenen Welt, schreibt es mir in die Kommentare und da könnt ihr mir auch Vorschläge machen, was für ein Haus ich bauen soll, und das war es aber auch schon mit der Folge, wie gesagt, in der nächsten Folge kommen dann auch die anderen Verrückten wieder mit dazu, und bis zur nächsten Folge, tschüss, tschüss.